Neue Visitenkarte, was haltet ihr davon? Huhu, sehr schön. Patrick, du bist so süß. Gene? Ja, Patrick? Würden Sie mich zum Abendessen begleiten? Sabrina, warum tanzt du nicht ein wenig? Christy! Geh runter auf deine Knie. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein wundervoller Anzug. Er sieht so weich aus. Ich glaube nicht, dass ich mich beherrschen kann. Wenn Sie bleiben, wird etwas Schlimmes passieren. Ich fühle mich tödlich, an der Schwelle zur Raserei. Ich glaube, meine Maske der Zurechnungsfähigkeit ist dabei, abzugleiten. Haben Sie Zeugen oder Fingerabdrücke? Genau genommen, ja. Du bist unmenschlich. Ich weiß, mein Verhalten kann hin und wieder ganz schön sprunghaft sein. Und, was machst du so? Nun, ich befasse mich hauptsächlich mit Exekution und Mord. Ich besitze alle Merkmale eines menschlichen Wesens. Ich habe aber keine einzige klar identifizierbare Emotion. Ich bin ganz einfach nicht da. Ich bin ganz einfach nicht da.